Sechseinhalb Minuten offiziell noch, wir müssen ein Tor machen. Es nützt nichts. Ein super Spiel, aber mit einem Punkt. Da kommen wir nicht ran an die Mainzer und schon gar nicht mehr an die Wolfsburger, die ja heute gewonnen haben. 2 zu 0 in Freiburg und Köln und Mainz, die trennen sich 1 zu 1, so dass wir eigentlich einen Dreier brauchen. Hand jetzt mit dem Schuss und der ist drin! Der ist drin! Der ist drin! Was für ein Tor! Argonab! 20 Meter in den Winkel! Ich drehe durch! Wahnsinns Tor! Das ist Hamburg! Er fasst sich ein Herz von der halbrechten Position, nimmt er den Ball, läuft in zentrale Position und dann schweißt er ihn ein, oben rechts in den Winkel! 3 zu 2 für den ASV! Und das ist genau das, was wir brauchen und er erzählt hier, das ist der Volkspark! 26. Spielminute! Das ist die Spielminute! Das ist die Spielminute für den ASV! Für meine 5 Stelle! 5 5 5 3 Vielen Dank.